Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Trouble in Terrorist Hall mit Euer Manullo. Heute mit dabei ist der Didi von Green Games. Hallo Didi! Hallo! Neimei! Hallo zusammen! Schrott Heinz! Hallo zusammen! Spanky! Hallo! Saramu! Hallo! Und Soulfox! Hallo! Hallo! Wir spielen heute What World! Hihi! Ich bin unschuldig, wie immer. What World? Ich bin unschuldig! Du bist immer der Erste, der alle GK-Arten annehmen. So hinterhaltig. Hihi! Ja. Also von jetzt an ist es immer dran, Ugo. Immer. Ich bin heute mit Schrott Heinz unterwegs, falls ihr das empfehlen. Also Schrott Heinz. Ich habe jetzt einen Schrott-Klinker gefunden. Und ich will nicht was empfehlen. Pssst! Wer ist davor? Wer ist davor? Der Saramu! Der Fort! Ich muss dich gleich abschiessen. Er will doch. Ich gehe jetzt auf den Rutschfahren. Ist er in der Rettour? Ne. Da kommst du gar nicht dazu. Ja. Du bist weg. Hehehe. Da kann ich wenigstens sagen, dass du da warst. Oh! Da ist meine Solldorf. Wer zielt da auf mich? Wer zielt da auf mich? Wer zielt da auf mich? Wer ist das dort? Wer ist das dort? Jetzt ist er der Rutschbahnanle. Ja, der hat jetzt wirklich nicht mitgebracht, Saramu. Jetzt hat er sich aufgeschossen. Null. Ist schon sicher. Wer ist das? Neimei? Rutschbahn kann man ja tatsächlich auch rutschen. Ja, darum heisst es so Rutschbahn. Ja, aber... Ja, aber... Und jetzt Mungerball. Das habe ich nie gewusst. Hehehe. Der Didi und Neimei sind ja bei mir. Der Didi schiesst auf mich. Der Didi schiesst auf mich. Der Neimei juckt sie beide. Der Neimei ist Didi auch. Ah, bitte 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 bitte. Ah, die. Hehehe. Hehehe. Ah, schön gemacht, Gano. Seit Pech habe ich gerade einen Schraubflinten gehabt. Ja, aber hey. Du weisst nicht wie viele Dörter dann. Du hättest nicht mehr zugelassen. Ihr hättest gesagt, wenn ich fehle, ist der Didi. Also, ich habe gerade im Spawn einen Spank weggehauen. Und dann habe ich auch einen weggehauen. Hehehe. Und wenn du trotz mal herkommst, hättest du auch nicht möglich. Ah, du hättest gar nicht bereit gewesen Spanks. Ah, sorry. Ja, schreckt. Ja, easy. Easy, easy kill. Das hätte ich auch schon gemacht. Komm raus hier, Luder. Nein. Nein. Nicht steigen. Hehehe. Du Fädle. Oh, aller gleichen Ort. So. Du kannst nicht mehr schwimmen. So. Komm weg. Komm weg. Nummer 6. Wie wir schiefdrücken zum Sprinten hier. Ja. Hehehe. Das ist warum er schwimmt. Nein. Oh. Ah. Er war ein Cheater. Er war ein Cheater. Das ist das Zeichen, dass er dann Traitor ist. Hehehe. Schau einfach. Wir laufen ihm jetzt mal nachher, als wir schwimmen mit Kollegen. Hehehe. Geh, komm weg. Hey, läuft nicht so dumm hinten nachher. Hm. Der läuft nicht so blöd vorne. Ja. Oh. Oh. Jetzt hast du gehört mitschwimmen. Hä? Wo bist du? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus für Waffen. Hey. Von allem tut er zu uns. Ja. Ich bin raus. Ja, Nuno. Komm mal schnell. Hehehehe. Warte. Warte. Da bist du. Lass gleich bei mir. Lass weg von mir. Spanky. Komm mal. Geh mal zu diesem Getränkarten mal zurück. Dann kommt die Uni raus. Haha. Wieso sollte ich den D drücken? Ja, frische Munition. Okay. Hanno, Nuno. Hanno, Nuno. Hanno, Nuno. Hanno, Nuno. Hanno, Nuno. Was? Als Traitor kommt hier Munition raus? Nein. Da geht die Türen öffnen und kannst du ihn verstecken. Ah, okay. Haha. Darum wollte ich es schnell draufdrücken. Das würde ich sagen. Wir haben hier eine Map drin. Da kannst du alle Getränkeautomaten auf dir verstecken. Aber Traitor bist du drin. Ja, da kannst du eben noch Traitor rein. Gib mir die Scheisse hier oben. Wenn ich immer die Tote. Ich glaube nicht. Die Tote haben noch nicht mehr so viel zu sagen, wie ich mal meine. Oh, wo laufen wir schon wieder noch? Durchgehen. Oh, jemand tut zu. Dann verschiessen wir, komm. Wer hat was zu tun? Ähm. Ich glaube das ist sicher, dass der Pool zugeht oder nicht? Nein, nein. Das ist mit einem Traitor rausgekommen. Aber gut. Das ist der Traitor-Test. Aha, ja. Ist das jetzt ein Einmal gewesen? Da hinten noch. Hm. Ah. Wow. Toll Fox. Ah, immer. Wer ist das denn? Dann weg. Dann weg. Dann weg. ister. Drei. Zwei. Spanky. Ah, noch, schau. Weicht auf, bei mir übelst. Ich kann nicht so. Sein Alamo versteckt sich da. Jawohl, geht weg. Aha. Wie machst du da dring? Weiter. Dann geht's weiter zu schauen. Ja sicher bin ich noch da. Du würdest einfach da bei Munitions sitzen. Gehen wir mal auf die Seite. Keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt mag ich nicht, dass es dich nicht richtig ist. Eigentlich sollte die Tähne noch gut funktionieren. Jetzt kommt einer runter. Dann kommt der Verschiesse gerade. Nein, nein, und? Der Tektiv. Das Leben noch auch. Fox, bist du auch noch da? Ja, sicher. Okay. Ich glaube wirklich noch alle. Ja, die Tektiv sind auch noch da. Es redet auch noch alle. Ich habe noch nie herausgefunden, wie man auf die Rutschbahnen kommt. Das redet mich gerade auf. Nein, nein, Alter. Äh, Neimei, bist du jetzt gerade angeschossen worden? Ja. Oh ja? Ja, es ist Blut. Ich habe gerade gesehen, wie es hinten Blut ausspritzt. Der Schuss ist von rechts gekommen. Auf die Rutschbahnen, oder was? Ja, von dieser Richtung. Der hier oben drauf. Trotz, glaubt ihr nur nachkommen, weil ich endlich mal auf einer Rutschbahnen würde. Ah, das ist der Tektiv. Da bin ich auch. Spanky? Du gehst rechts und dich links. Spanky? Spanky ist wieder gestorben. Ich habe da eine wichtige Mission mit dieser Kiste vor. Spanky steht. Spanky steht. Ah, er war schneller, verdammt. Meine Kiste. Darum muss. Nein. Ich bin sicher. Oh, es schießt. Wer ist da? Loll. Das ist mein Sonnenlicht. Oh, sorry, sorry, sorry. Aus für sich geschossen. Ich wollte nur schauen, ob ich meine Titel anwählen wollte. Ja. Ah. 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 Wie muss meine Holzkiste gerät. Der Name ist ein Pfeil verschossen. Aber der Name ist ein anderer drauf, oder? Der ist auch weg. Hey, du hast doch nur noch Blut. Wer läuft da mit einer Holzkiste rum? Das bin ich. Ich habe eine wichtige Mission mit dieser. Wer? Gehen wir noch auf die Rutschbahn? Mann, schiess nicht auf mich. Ja, gehen wir. Yay. Nein, kannst du mir schon meine Holzkiste raufgeben. Wo ist sie? Zollfax, da hinten. Wow. Du wüsst es. Nice. Ich schiess nicht auf mich. Ich wäre wirklich nur auf der Rutschbahnmitte. Ich hätte dich nicht verschossen. Ja, die Auswahl war jetzt noch recht klein. Ich habe vorher auf einen Traitor geschossen. Ich bin Detective. Anu ist vom Saramut, vom Jay. Jetzt haben wir den Namen vergessen. Ja, sind wir noch da drin gewesen. Wieso überleihst du so viele? Ja. Ja. Wenn du das logisch bist. Der Saramut ist tot. Der Neymay ist auch tot. Der Neymay hat zwei andere verschossen. Der hat auf den Traitor geschossen. Der ist rot und du warst grün. Also ich habe es nur noch draussen. Er war selbst Soldat. Was hast du da die ganze Zeit gemacht? Hast du geschlafen? Nicht ganz so auffällig gewesen wie du, wie ich. Was? Ich war nicht auffällig, bis der Neymay rumgekommen ist. Ich weiss nicht einmal wieso, dass er dort gesucht hat. Weil du... Weil ich von denen einen Schuss gesehen habe. Scheisse. Hättest du den Molotov her schmeissen können? So, dann wären sie alle weg gewesen. Äh... Traitor. Traitor. Wer hat das gesagt? Der Fox. Wer ist ich? Der Soul Fox. Ich sag dir sogar den Namogopf. Achso. Was was? Wir sind auch Traitor. Was hast du ahnung? Wer hat überhaupt gefragt, wer das ich bin? Der Didi. Der Didi. Nein, scheisse. Ich bin wieder ins Wasser gekommen. Ich will den Trutschmann. Holzkiste kommt zurück. Nicht schon wieder. Was ist mit der erste mit der Holzkiste? Ja, das sehen wir dann. Wolltest du den Trutschmann abladen oder was? Nein. Ich brauche sie für einen wichtigen Trick. Die Didi. Der wäre. Und der wäre. Ich töte euch alle mit dieser Holzkiste am Schluss. Es gibt einen Bug auf dieser Map. Äh... Okay. Nein, Scheissdreck. Äh... Saramu, was hast du für eine Waffe? Lauf. Ich habe einen Sniper. So eine automatische. Zeig mir die mal. Was zeig mir die mal? Ja, ich kann schauen. Nein! Du hast meine Holzkiste. Oh, ich bin dort oben. Du hast meine Holzkiste. Nehmeh, was machst du aus von der Gegend um ein Sniper? Vielleicht nicht. Ich habe einen Schuss gehört von einer Silenced Gun. Ja. Es ist ein Aramu. Meine Holzkiste kaputt! Ich habe deine Holzkiste kaputt gemacht. Aber es war ein Saramu. Es war ein Silenced Gun. Und das haben nur Traitor. Die habe ich aufgelesen. Die liegt hier oben im Fall. Es gibt einen H1-Gun. Und auch die Automatik-Sniper ist silenced. Überraschung. Kleiner hat die G3-S-S-Gase. Ja, die G3-S-Gase. Wer verrückt ist da vor mir? Wer ist da vor mir? Der Nehmeh. Hihi, du wirst nicht mehr in eine Kiste gehen. Wer lebt jetzt noch? Wer lebt jetzt noch? Wer leben denn noch alle? Ich glaube, ich komme hier nicht mehr zu Wasser raus. Jetzt ist es anders. Ich brauche doch nur meine Holzkiste. Oh, dann nehme ich. Jetzt noch einen hier. Ich habe auch geklappt. Oh mein Gott. Ich warte jetzt für Didi, bis er wieder mit der Holzkiste kommt. Komm jetzt, Lümmi. Lümmi jetzt auch mit der Holzkiste. Ja, ich verstehe. Wenn ich komme. Darum kommt meine Auffällung. Darum kommt meine Auffällung. Du bist nicht zur Tür rausgekommen. Ja, wenn ich Auffällung wäre, hätte ich euch schon lange abgenommen. Ah, du weißt nicht mehr wo ich bin. Also, er lässt ihm Didi die Orte in die Holzkiste. Also, schau mal. Hey Mann, hilf mir schnell. Du musst mir schnell helfen. Du musst dir in die Holzkiste. Nein. Welche Holzkiste verschossen? Ich habe nichts. Zaranu. Das tut mir leid. Aber das ist so zu lustig. Okay, ich schwöre. Die nächste Lani lassen. Warte, ich muss nicht mehr. Ich gebe ihm Didi freies Geleit. Jetzt fängt er den nicht mehr. Ich habe jetzt nur eine doppelte. Das ist die letzte Einzelne. Wow. Das geht nicht mehr mit einem Einzelnen. Ich mache Begleitschutz. Der, der deine Kiste zerstört, wird verschossen. Nehmei bei mir. Hallo. Was machst du da? Wer ist da vor mir? Möchtest du da bitte weitergehen? Hast du ein Detektiv? Nein, ich habe nur... Ich habe nur kurz zuschauen gegen die Holzkiste. So, du musst mir schnell einen Gefallen machen. Du musst sie jetzt schnell nehmen. Und dann muss sie mir nachher wieder geben. Mit welcher Taste muss ich sie schon wieder nehmen? Ah, nur du läppst. Ja, ich bin ja beim zuschauen. Woher? Zu mir. Wieso muss ich dir die bringen? Ja, weil ich zu blöd bin, um sich selber hochzubringen. Du musst echt da ausser rumlaufen. Wenn ich von da oben bin, fange ich sie dann. Hier. Ich sehe so nichts, was ich durch mich habe. Hast du sie? Wirf sie hoch. Also, alles. Ich habe losgelassen. Nice. Herzlich willkommen. Jetzt. Jetzt gehe ich spazieren mit der. Äh... Was soll ich die nennen? Nein! Nein! Du hast gesagt, du gehst. Du spazierst. Saramut, verdammt. Der Saramut. Der Spielverdörfer. Für den Rest seht ihr. Dann gehe ich nur mit ihr spazieren. Ich brauche es durch die Tieren hochkommen. Neymey in diesem Fall. Da hätte Neymey heissen sollen, ja. Ja. Da ist gerade der Detektor gestorben. Mhm. Wow. Ey, okay. Ich habe noch 50. Ich habe noch 78. Wohin schiesst er? Jetzt werden die aufgeräumt, die kleinen Bitches. Wer lebt noch alles? So, ich und zwei. Jetzt habe ich auch wieder verdammt Glück gehabt. Uh. Henry hat mich nicht so aufgeladen, dann bin ich gerade durch die Grapplinghook hoch. Wer ist das? Wer hat mich aufgeladen? Was wolltest du jetzt mit dieser Kiste machen? Da kann ich noch hochkommen ohne Grapplinghook. Ah, das ist alles? Ja, weil du kommst sonst nicht hoch. Ah, okay. Ja, aber ich habe den Grapplinghook genommen. Und ich wollte es eben nicht auffälliger machen. Nein, ich habe nicht so aufgeaktiert. Ich habe noch einen Dings geklaut. Drei an die Bomben. Er trau Neymey einfach nicht mehr pro Weg. Hey, Schrotz, willst du wirklich Gly-Sniper? Hä? Willst du wirklich Gly-Sniper? Sniper? Wo hast du meine Lieblingswaffe? Ich habe diese Runde noch nie gesehen. Welcher denn? Der MP5 Navy. Was? Da fehlt dir die ganze Zeit. Ich habe diese Runde noch nie gesehen. Das ist total gut im Fall. Wenn wir halt den Scheiss recht an. Zum Glück sie schmecken verschieden. Äh, Ino. Ich finde Gly-Sniper noch geil. Ich bin ruhig, wenn es ums Reden geht. Da habe ich noch keine Schuss geschossen mit Gly-Sniper. Nicht? Jetzt sind schon wieder alle tot. Nein, nein. Ich bin wieder in der Kiste am Spielen. Jetzt hat sie wieder in der Kiste. Wo hat sich da gerade in das umgekleidet Dings? Ich suche da irgendwas. Der ist ein Tektiv. Ja, ja. Der ist endlich Tektiv. Ah, Spax. Du hast vorher zwei Mal. I'm watching you. Morgen. Hallo. Eigentlich nimmst du Roti. Der Titi versucht da auch wieder sein... Der will doch den wieder verstecken. Die Kiste habe ich mal ein wenig. Nein! Nein! Lass meine Kiste in Ruhe! Bitte! Bitte! Komm jetzt! Lass meine Kiste! Mach jetzt sie kaputt! Den bitte nicht! Der, der sich kaputt macht einen random kill in Juno. Ich schwöre. Ja, ich hätte jetzt einen guten Schuss. Welcher Arsch ist das gewesen? Ich werde geschossen. Und wer ist geschossen worden? Nein, nein. In die Kiste. Der, der jetzt mit dem Rutschmann abkommt, ist es? Sicher nicht! Hallo! Nein! Das wäre ich! Ohne Scheisse ist es! Also doch, dann geben wir den Tings. Dann holst du den, dann nimmst du die goldige. Dann sagst du Gute Nacht! Wie kommst du auf die Idee? Nein, Mei! Weil es oben runtergeschossen worden ist. Ich weiß nicht, ich hatte nur meine Schraubflinder dort oben. Ja, das sage ich auch. Oh! Irgendjemand hat gerade verschossen, Anu! Vor meinen Augen! Oh! 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 Ah, die Leute sterben wieder. Heutzutage ist nicht mehr normal. Oh! Das ist einfach zu wenig Zeitwasser, oder? So, jetzt hatte ich genug Zeitwasser. Ich vermisse ich. So, wo ist denn der Foksi? Ah! Wohin! Der Foksiun. Der Foksiun. Der Foksiun. Oh, die Schüter. Tobi, musst du dann noch andere Waffen holen. Ah, ich weiss wo. Kann man uns dort irgendwo drinnen sein? Nein, Motherfucker! Ah, ist das gemütlich von den Tobi, alle runterzusnipen? War der abgeholt? Ja, aber schon, ja. Fox! Gib mal aus! Vor einem Puhl noch, BAM! Schon einen Sprung genommen. Der Schrott, ja. Der Neymei habe ich einfach nicht getroffen, Mann. Schau, ihr müsst doch alle Feste zutrauen tragen. Wer hat mich unverhaftet? Ich habe zwei gerade bei der Rutschbahn weggemacht. Ja, eben, bei der Rutschbahn. Nicht so, dort am Rutschpendler, ich denke nichts Böses und plötzlich... Ja. Der Neymei war unter dir gewesen. Er hat gesagt, der, der auf der Rutschbahn ist, weisst du es? Und für mich war das ein ernst gefundenes Fressen gewesen. Ja, und ich bin ein Macherrutschen mittlerweile. Denke ich dann... Ich habe eben... Ich habe nicht auf dem Ding seine Kiste geschlossen. Also, Tiddy, sobald du in die Tue gehst, wirst du von mir verschossen, wenn du dich drin bist. Ob du bist oder nicht. Aha, das fühlen wir schon so an. Ich gehe jetzt schon mal auf den Stuben. Ich gehe nur auf Verschiesse Jogging, wenn ich ihn gerade sehe. Okay, wer hat die Mordruhe gemacht? Wer war das mit dem Mordruhe? Jemand schiesst auf meine Kiste. Er muss safe auf meine Kiste. Jemand muss safe auf meine Kiste. Nein, jemand hat mich getroffen. Ah, jemand hat mich auch getroffen. Stopp! Tiddy? Aha. Tiddy? Es war der Namey auf Befehl. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Das Banky? Ich bin aber dran gestanden. Aber es ist okay. Ja was? War das der Namey oder nicht? Ja schon. Aber er hat gesagt. Wenn er ihn nochmal mit dieser Kiste da seht. Wo? Ah, du bist der Falsche! Ich will den Namey! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Das ist denn nicht! Was ist denn das? Was ist denn das? Oh je Nice Sorry Didi Das war so gemein Das ist zu gemein Ich will gerade die Zolle auflesen Keine Wege in diesem Moment Wirst der Anulose aufmachen Du bist ja dort einfach wo du wachst Ich habe gerade gefreut Ich habe gerade meine Kiste Ich habe nur einen umgebracht Arno Malo Drei Rache Anulose Das war eine lustige Runde Ja Ja Komm weg da Hey 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 Hase Hey 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 Das ist der D-Rübrig Negev Ja die kannst du kalt gehen Jetzt hat er ein Scheiss Ja der Anulose Klaut Das ist der Sack Fühle mich zur richtigen Schraubflinte Dann kannst du sie haben Weg oder schiessen Fühle dich jetzt selber zur Tote Schraubflinte Didi bedroht mich schon wieder Schon wieder Ich komme Ich komme auch Warte nochmal Nein Oh da schiessen schon Didi wer ist es Nein Nein Er macht alle Kisten kaputt Das ist natürlich auch Warte im Wasser hat es auch Die nehme ich Nein Die Kisten darfst du jetzt nicht kaputt machen Keine Kisten today for you Ja keine Kisten im Wasser Nein Nein Fertig lustig Fertig lustig Didi Es hat uns gekischelt Ich würde noch abknallen Nein Wenn ich drin wäre Hey Er hat dich an Er hat nachgekittet Aber was steht dich Hättest du noch können Ja Bist du hart Wer hat dich angeschlossen Didi Ich wusste ihn Ah er hat dich auch abgeknallt Didi Zwenki Er kommt direkt um mich zu Sorry ist da hinten Ich gehe mal weg da Schrott ist Detective Ah Richtige Schraubflinte Oh Scheisse Nein Ich behalte sie Zaramu lebt Ich bin ein Deppi Ja Ah nein 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 Ich habe nur die Waffe am Boden aufgelöst Da liegt doch keine Waffe am Boden Mal ist ein Ding Eine Pistole am Boden Ja Ich komme aus der Bänke hin Ja ja Schraubflinte Ja Oh jetzt schiessest du auf mich Nein Im dunklen Eckeli Mach noch einmal Schau dir auch zu Ey wenn ihr mich so seht Ich stehe rum Weil ich muss irgendein Fenster suchen Ich vergesse dazu zu Schiffe gleich ziemlich Easy easy Wahrscheinlich auch nur bei dir Bist du nicht hart gewesen Anolo Irgendjemand schonmal Nein 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 Der war nicht Der Name Ich bin Ich traue ihn nicht Gehen noch zu Leila Baitschweiter Ja Ach Schokol Du bist gerade neben dran Auf der Dwarf Das ist doch wirklich Das ist doch wirklich Das ist doch wirklich Das ist doch wirklich Wann hast du dich verschossen Wann hast du dich verschossen? Wann hast du dich schiessen? Wann hast du dich schiessen? Ich habe nur den Anu unter Irgendwie gebacken Ah Luthar 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 Ja 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 gut Ich gehe jetzt mit So ein Fax Ich gehe jetzt mit Spaggy Spaggy So Traitor Dann fahre ich endlich mal Einen abzuschissen Geil Geil Neymay Mach etwas Ja Jetzt muss ich da wieder Jetzt muss ich da wieder raus Ich weiss nicht Ähm Neymay Control drücken Ich habe meinen Favoriten Aber ich sage nichts Control Bin ich ja dran Neymay Control Ich bin jetzt auf Spaggy und auf Soulfax Spaggy Spaggy Neymay Spaggy Neymay Spaggy Warum Verdechtigen mich? Er erklären mich Er erklären Warte 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 noch einen Schluck Nur wenn ich mich beschossen habe Ja Spaggy Er hat mich zuerst Ja er hat noch abgeknallt Egal wo sie Warte Aber es macht ja Spurverdechtigung Spaggy Hoi Was Was ist das? Was ist passiert? Hey Saramu Lass mich nicht alleine mit dem Spaggy Wieso nicht? Er soll dich abschissen Dann weiss ich dass er sie ist Dann kann ich mir ihn holen Weisst du im Wasser Dabei nimmst du jetzt wieder die Moschik an und gehst hier an die Ecke Ich habe gesagt dass Saramu Du bist gell Ja Er hat schon wieder einmal das Zeug aufgeschlossen Kommt schon wieder Ja Ja So kenne ich Neymay lebst du noch? Ich lebe noch Ja Er war sicher schnell im Tradershop Natürlich Und sonst Fox auch noch Ja Der lebt hier noch Der schleicht hier im Wasser rum Ja Wer ist Wer war es? Wer war es? Ich war es Ja 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 In diesem Fall Das war es heute mit der Runde Merci vielmals für das Zuschauen Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei Es haben noch ein paar andere Leute aufgegangen Die sind alle verlinkt unter dem Video Merci für das Zuschauen Tschüss zusammen Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020